ja hallo zusammen ein wunderschön hier sind wieder die aussätzigen zauberer im namen des datenschutzes unterwegs heute mit hermann und dem krümel monster ja und liebes krümel monster willst du ein macbook gewinnen ja würde ich gerne aber da gab es ja jetzt zu diesem thema gewinnspielen im internet hat vielleicht ein oder andere mitbekommen ein neues urteil vom eugh zum thema cookies genau eugh ist der europäische gerichtshof in gerichtshof der europäischen union und er hat rausgegeben eine pressemitteilung mit der nummer 125 schrägstrich 19 19 steht für 2019 luxemburg den ersten oktober und es gab ein urteil in der rechtssache cäsar bindestrich 673 schrägstrich 17 was darauf hindeutet dass der seit 17 2017 sich damit befasst ja und da geht quasi der bundes verbraucherzentrale bundesverband e.v also bundesverband der verbraucherzentralen in deutschland gegen planet 49 gmbh ja und die pressemitteilung die ist noch halbwegs übersichtlich also ich werde das ganze zeug verlinken und auch viele artikel sind erschienen jetzt in den letzten zwei tagen ja gestern kam es raus heute nehmen wir auf hallo wir sind aktuell krümel monster ja und darauf an wie schnell du das rauskriegst vielleicht habe ich zeit weil morgen feiertag ist ja auf jeden fall ja das setzen von cookies erfordert die aktive einwilligung des internet nutzers was heißt denn das jetzt ein voreingestelltes ankreuzfest genügt daher nicht heißt ja ich möchte ich will mal ein bisschen alles anfangen weil wir haben uns ja mal ursprünglich mal ursprünglich so zum zu einem rahmen gesetzt dass wir so ein bisschen versuchen das alles mal für ganz normale menschen die vielleicht jetzt sind unbedingt so dicke im thema sind noch mal kurz zu erklären also ich würde erst mal ganz kurz erklären was cookies sind das sind so kleine text dateien die verschlüsselt oder unverschlüsselt auf deinem rechner landen sobald du mit einem browser also internet browser safari was gibt es da noch alles die google browser google chrome firefox von microsoft oder ja falls den einer noch nimmt in internet explorer ja der ist ja outdated also sobald ihr damit auf einem web server landet also irgendeine adresse eingegeben habt der web server kann dann wenn bestimmte voreinstellungen im browser das zulassen sogenannte cookies setzen und das sind wie gesagt kleine text dateien und in diesen text dateien kann man dinge verstecken da kann man festhalten wann du da jetzt auf die seite gegangen bist wie oft du da vielleicht irgendwas angeklickt hast auf welche unterseiten du gehst und so weiter und so fort das ganze im prinzip alles im prinzip ja sagen wir mal über über kleine text marke in diese text datei reinschreiben und sobald du dann wiederkommst also irgendwann später mal wieder die seite besuchst oder wieder auf eine anfangsseite zurück gehst kann man das im prinzip auslesen und kann so ein klein bisschen dein verhalten trecken das ist so eigentlich die idee von cookies was ein bisschen problematisch geworden ist mit cookies ist schlicht und ergreifend dass die eigentlich dazu gedacht waren das für einen webseitenbetreiber herzunehmen um ihm die möglichkeit zu geben bisschen auf dein verhalten einzugehen also was weiß ich der merkt sich dann halt du hast ja das angeguckt du hast das im warenkorb du willst vielleicht noch irgendwelche infos haben solche dinge was ein bisschen schief läuft mit den cookies oder was man eben auch mit cookies machen kann eben nicht nur für eine einzige webseite nutzen sondern die im prinzip auch quasi weitergeben also praktisch so ein verbund bauen so nach dem motto ich habe jetzt eine webseite da ist ein cookie für den herbert der herbert hat das und das angeguckt und ich gebe das einfach auf einer anderen webseite erlaubt der anderen dem anderen webseiten betreiber dass er diese cookies auch auslesen kann und dadurch kann man natürlich sehr gezielt über viele seiten hinweg trecken also das user verhalten trecken und das ist unter umständen halt jetzt wird unbedingt sehr datenschutz freundlich das mal so ganz grob wie cookies funktionieren und in dem langtext 25 seiten etwa da ist es auch unter der ziffer 30 erklärt also der europäische gerichtshof eugh erklärt das auch da ist auch beschrieben wie die da hießen c en unterstrich cash oder c en unterstrich e tag c en unterstrich png deutet auch auf grafiken hin und grc also sind kleine dateien wichtig die werden auf dem client also auf der seite meines computers meines tablets meines smartphones gespeichert dazu nicht irgendwo zentral sondern ich speichere die auf meiner seite das auch wichtig in dem prozess das war ein gegenstand der feststellung und die haben auch ja eine zufalls generierte nummer also sind schon mal sowas wie ein pseudonym das heißt da steht jetzt nicht der name drin sondern eine eindeutige nummer damit man das wieder erkennen kann aber jetzt nicht irgendwie ja was man vom nutzer weiß sondern man legt das zentral fest und dann gibt es noch das thema ja wer setzt die und so weiter man kann die doch andere setzen lassen da gibt es auch einstellungen in den browsern ich würde mal sagen tiefer gehen wir richtig rein um um nicht zu überfahren vielleicht ein satz noch der auch in dem urteil steht durch cookies können keine programme ausgeführt oder wir übertragen werden also sogar sowas also das geht schon sehr weit und die haben sich jetzt zwei jahre mit befasst und das geht tatsächlich ziemlich tief rein und kurz gesagt also wir erklären jetzt noch mal was dahinter steckt aber erstmal kurz vorweg wurde festgestellt es macht keinen unterschied ob die cookies beim nutzer gespeichert werden und ob die informationen sozusagen hingeschoben oder gelesen wird also so push und pull das heißt die information wird abgespeichert und abgerufen und allein die tatsache dass es auf einem persönlichen gerät ist und ich privat sozusagen unterwegs bin ist es ein personenbezogenes datum also das ist die erste wichtige feststellung in dem urteil cookies sind personenbezogen da sie das ziel haben sozusagen die in die die oder eindeutig die nutzer vor dem internetgerät wieder zu erkennen ja absolut ja klar und das ist ja und sozusagen ja das kann jetzt gut sein wie gesagt du hast vorhin was von warenkorb bestellung gesagt dass man den nutzer wiedererkennt denn wenn ich aus dem katalog was auswähle so eine webseite ist nicht eine seite sondern besteht aus ganz vielen bestandteilen heutzutage mehrere hundert bis tausend die interaktiv sind die von verschiedenen computern im internet zusammengesetzt werden abgerufen werden und bis ich dann auf bestellen klicke braucht man unter anderem cookies um sozusagen da ein verbinden des elements also und auf der anderen seite kann man aber genau diese technologie auch nehmen um ja das verbindende element für die zukunft zu haben und dann auch alles was danach erfolgt weiterhin sozusagen wiedererkennt zu verfolgen zu verfolgen dass andere das mit benutzen und wissen hat das ist ja das krümmelmonster das hat vor einem jahr schon mal nach keksen bei xy gesucht und so weiter also das geht quasi auch in die richtung also kann man mal so ein praktisches beispiel das jeder kennt hat bestimmt jeder schon mal gehabt ihr seid irgendwo auf einer webseite sucht euch da im warenkorb irgendwas zusammen kauft es aber nicht sondern hab das halt da drin liegen und hab das irgendwie was weiß ich was anderes gemacht oder anders überlegt oder so und dann geht ihr irgendwie mal tage später wieder genau auf diesen händler auf diese webseite auf diesen shop und komischerweise ist alles in dem warenkorb noch vorhanden also du gehst auf warenkorb und alles was du vor zwei tagen da schon ausgesucht hast ist da noch drin und das ist genau das was so ein cookie dann letztendlich macht da ist im prinzip so eine kleine textdatei bei dir auf dem rechner gelandet wo im endeffekt für den händler schlüssel drin liegen identifikationsnummern irgendwelche zuordnbare zahlen und zeichen die ihm praktisch ermöglichen diesen warenkorb der bei ihm auf dem server bereitsteht für dich dann praktisch dir wieder zu zu ordnen wie gesagt kann kann positiv sein schlimm wird es halt wenn so wie man warenkorb im prinzip trecken kann kann man natürlich alles andere auch trecken auf welcher seite warst du wie lange hast du dir die angeguckt wo bist du dann hingewechselt welche links hast du verfolgt und so im prinzip alles das was du in deinem browser machst kannst du quasi in so einem cookie letztendlich natürlich auch praktisch wieder erkennbar machen ja genau das urteil befasst sich damit was muss da eigentlich passieren und muss ich dem überhaupt zustimmen erstmal muss ich dem zustimmen und wenn ich dem zustimmen wie muss ich dafür informiert worden sein damit diese zustimmung freiwillig ist und genau diese feinheiten und begriffe werden in dem urteil auseinander genommen und was da eine rolle gespielt hat ist unter anderem das ist vorhin schon gesagt mit dem ich komme mal wieder auf die seite zu diesen angaben gehört auch die funktionsdauer das heißt wenn so ein cookie bis 2999 so was ist eine beliebte zahl oder 2099 gilt dann liegt es da verdammt lang rum es sei denn ich lösche das wenn ich überhaupt weiß wie das geht es gibt da viele hilfen aber es kann ja sein dass ich gar keine ahnung davon habe und auch das thema wer darf die lesen also nur der bei dem ich den warenkorb habe aber oder auch andere das muss alles vorher klar sein muss der nutzer wissen und was weiterhin klargestellt ist ich muss dem zustimmen und wenn es ein gewinnspiel ist reicht der klick auf ich nehme am gewinnspiel teil und das war ganz viel klein gedrucktes da das reicht nicht aus um so eine zustimmung eine einwilligung zu geben das heißt das muss anders erfolgen und genauer das ist so das ergebnis dieses urteils und was noch mit drin steht in dieser presseerklärung dass das jetzt noch nicht abgeschlossen ist sondern das geht jetzt wieder zurück das heißt in deutschland hat der bundesgerichtshof das euro den europäischen gerichtshof angerufen um zu entscheiden und das ist jetzt sache des nationalen gerichts sozusagen zu entscheiden was kommt da jetzt raus allerdings ist sozusagen diese auslegung bindend denn der europäische gerichtshof wurde angerufen so eine auslegung zu machen ich würde mal sagen ich erzähle kurz die historie was ist da eigentlich abgelaufen weil wir haben schon gehört 2019 ist jetzt 2017 ging es an den europäischen gerichtshof angefangen hat das ganze am 24 september 2013 die firma planet 49 gmbh hatte eine website die heißt www oder hieß www dein macbook.de und da gab es ein gewinnspiel zu werbezwecken und man musste dann die postleitzahl eingeben und dann gab es zwei kästchen zum ein kreuzen mit hinweistexten und da hat man sich dann sozusagen einverstanden erklärt dass sponsoren und kooperationspartner postalisch telefonisch per e-mail sms und so weiter angebote aus ihrem jeweiligen geschäftsbereich schicken können es gab sogar weiterführende infos das heißt da war information hinterlegt und das war sozusagen das erste kästchen das zweite kästchen war ein hinweis dass man einverstanden ist dass der werbe der web analysedienst rem in tracks eingesetzt wird und sozusagen da auch hinterlegt ist und dahinter lagen dann noch sponsoren kooperationspartner da waren dann in weiteren wenn man sich dadurch gehangelt hätte waren 57 unternehmen hinterlegt man hätte einzelne abmelden können und dann gab es so eine logik dass dann entweder der partner noch welche aussucht und so weiter dass man auf jeden fall 30 partner und sponsoren hat also es es war ein bisschen kompliziert gemacht im prinzip aber ja information war da aber da muss man sich schon sehr tief rein graben und nur um macbook zu gewinnen glaube ich macht das so keiner und das ist sozusagen die problematik dabei ist ja vielleicht ganz ganz kurz im endeffekt ist das spiel natürlich ganz klar das ist ein gewinnspiel das bei dem er umsonst mitmachen kann umsonst heißt sie aber eben nicht umsonst sondern man gibt seine information an bis zu paar 40 firmen weiter die letztendlich dadurch natürlich dann wieder werbung loswerden und ja dann man bezahlt mit seinen daten punkt genau das web tracking hat man ja eingewilligt sozusagen und das kreuzchen war vorbelegt also die kästchen die waren jetzt nicht leer sondern da waren schon häkeln drin das heißt die waren vorausgefüllt das spielt auch noch mal eine rolle und ich habe das sogenannte das sogenannte weil das ja auch öfter so als begriff euch über den weg laufen läuft das waren opt in also beziehungsweise war kein opt in sondern opt out das heißt das kreuzchen war schon vorbelegt und wenn ihr hättet widersprechen wollen bei diesem gewinnspiel den einzelnen weiter gaben an informationen weitere teilnehmer dann hättet ihr jedes mal praktisch das kreuzchen weg machen müssen nicht umgekehrt das kreuzchen hin machen müssen ist natürlich großer unterschieden genau das ist eine riesen diskussion wenn man sozusagen für die die im datenschutz unterwegs sind die kennen das opt in opt out war eine große diskussion auch bei der datenschutz grundverordnung und ist auch eine große diskussion bei der privacy richtlinie auf die komme ich auch gleich noch mal die im nächsten jahr kommt ich habe aber mal gleich eingegeben www dein macbook.de gibt es noch ist immer noch für solche dinge da da kann man zwischen vier gutscheinen auswählen für jeweils 1000 euro die kann man gewinnen man muss also zwei stück auswählen und dann kommt man auf die nächste seite und was man da als erstes feststellt im impressum das ist nicht mehr planet 49 sondern es gehört jetzt der tolleado gmbh also da ist jemand anderes wieder unterwegs mit der seite wahrscheinlich haben die die im laufe des rechtsstreits aufgegeben ich weiß es nicht wurde die hatten die nur gemietet auf jeden fall ist das jetzt im moment eine andere firma und dann kommt man da weiter und dann wird man auch abgefragt also dem urteil entspricht das nicht also schon heikel wobei da noch ein paar sachen drin sind also es ist ein es sind kästchen du musst eine e mail adresse eingeben die wird auf gültigkeit geprüft wenn du in der e mail adresse eine domain drin hast die es nicht gibt habe ich vorhin versucht dann kommst du auch nicht weiter und dann erscheint wenn du gültige werte nach deren regeln eingibst dann erscheint in der mitte ein großes feld ein button der ist vier bis fünf mal so groß und grün dass du weitermachst und weil das ja sponsoren sind und die interesse an deinen daten haben deine daten hergibst und drunter grau kaum zu lesen ist ein button so ungefähr ich will das aber nicht und dann gibt es auch irgendwo infos wie man widerrufen kann also es ist grenzwertig ich glaube nicht dass das dem urteil entspricht was man da heute findet aber ich werde das nicht verlinken ihr könnt das aber selber herausfinden also das wichtige ich denke hier das wichtige ist muss man natürlich jetzt mal auch gleich so ein bisschen rein grätschen sage ich jetzt mal dass das thema ist das ist natürlich nur ein aufhänger also es geht jetzt nicht darum dass der gerichtshof da jetzt ein urteil nur gegen planet 49 oder so geurteilt hat sondern das war der aufhänger ja das ist eine seite die das nicht richtig gemacht hat diese gibt es zu tausenden ja die eben mit einem opt-out arbeiten wo ein opt-in eigentlich erforderlich wäre ist beispielhaft und auch weil das urteil jetzt wann ist das rausgekommen also ich sage jetzt mal in der in der presse und in den medien ist es so heute eigentlich umgegangen ist der urteil heute ist der zweite oktober genau man kann jetzt nicht erwarten dass alle schon irgendwie was gemacht haben und reagiert haben es wird noch eine ganze menge seiten geben auch in der zukunft wird es immer wieder seiten geben die sich dann nicht sauber dran halten also nur damit wir da nicht zu lange hängen bleiben also das wichtige thema hier ist das auch der hauptbestandteil von dem urteil opt-out reicht nicht es muss ein opt-in sein der unterschied ist schlicht und ergreifend dass du bewusst einwilligen musst und eben nicht ich sage jetzt mal aufpassen muss dass du über die kreuz und weg machst ja was ja ein größerer aufwand ist das ist das was man bemerkt und und ja das ist jetzt das zweite urteil innerhalb von ich weiß nicht wie viele wochen da gab es ja noch da ging es ähnlich und sagen wir so die die sich dafür interessiert haben die wissen schon wo es hinläuft und das spannendste war überhaupt auf die entscheidung zu warten weil das ist jetzt ein vorgriff auf die sogenannte e privacy richtlinie die nächsten jahr kommt denn dort kommt die finale regelung und die erwartet man jetzt dass die genauso auch dieses opt-in dann verlangen wird und da kein opt-out kommt also das wird man dann sehen was im nächsten jahr da geregelt wird aber kann sie eigentlich nicht und warum erkläre ich kurz mal also einmal spannend finde ich in dem text ist schön aufgebaut es ging erst mal ums unionsrecht unionsrecht recht der europäischen union ist der der rahmen und zwar um die richtlinie 95 schrägstrich 46 der datenschützer weiß was das ist das ist die eu datenschutz richtlinie der vorläufer der datenschutz grundverordnung die stammt aus dem jahr 1995 und ist sozusagen damals schon festgelegt worden und schon die verlangt das eigentlich und da ging es auch darum wie wird die angewandt zweites gesetz das relevant war ist die richtlinie 2002 schrägstrich 58 die hat den den zu unrecht den namen cookie richtlinie denn es ist keine cookie richtlinie sondern die regelt eigentlich das telekommunikationsrecht in der europäischen union kam 2002 raus ist grundlage für unser telekommunikationsgesetz und ist eigentlich der vorläufer der e privacy richtlinie das heißt das soll jetzt im jahr 2020 18 jahre später dann quasi die 2002 nachfolgen und den ganzen telekommunikationssektor in europa neue regeln und da ist dieses thema nur ein kleines thema da drin aber da ging es quasi um die anwendung dieser 2002 58 und als drittes was auch spannend ist 2013 hat das gestartet ist die verordnung 2016 schrägstrich 679 besser bekannt unter dem namen gdpr general privacy directive oder datenschutz grundverordnung dsgvo auch dies drin und was ich auch spannend finde denn wir haben ja das jetzt so ein kleiner werbeblock wir starten jetzt mit einer serie erwägungsgründe für die grundverordnung zu erörtern und zwar aus dem grund das sind die gründe warum man das gesetz schreibt und diese erwägungsgründe sind aber auch teil der gesetzlichen regelungen werden herangezogen denn wie auch hier zum beispiel spielt hier der 32 erwägungsgrund eine rolle und da geht es um die einwilligung also das genau das ding in einfachen text also nicht in juristisch verklausulierten text wird erklärt was heißt so eine einwilligung wann muss man die machen und genau darüber wurde auch befunden und das finde ich spannend darüber hinaus ging es noch um deutsches recht da gilt einmal der paragraf 307 des bürgerlichen gesetzburgers da geht es um allgemeine geschäftsbedingungen und dann geht es ums telemedien gesetz tmg das ist so eine deutsche besonderheit es ist die telekommunikation geregelt telekommunikations gesetz telemedien gesetz regelt auch in dem bereich magst du einen unterschied erklären oder soll ich krümel monster naja unterschied ist ich will das ganz zu kompliziert machen also unterschied ist ein telekommunikations gesetz wird alles was mit der direkten signalverarbeitung übertragung von signalen zu tun hat geregelt also telefonie funk ja internet zugang alles was so ich sage es mal auf kabel lichtwellen leitern oder sonst welchen geschichten läuft auch funk also direkt mit der telekommunikation auch zu tun hat das einzigste was da so ein bisschen rausfällt aus dem rahmen das mit in das tkg eingegangen ist ist e mail alles andere was man so kennt wo man eigentlich auch immer sagt ja das ist im prinzip auch irgendwie telekommunikation fällt unterstehle medien gesetz also webseiten konten e shops ja alles was mit inhalten zu tun hat und eben weniger mit der übertragung youtube zum beispiel twitter facebook überall wohin inhalte zu finden sind ist also telemedien gesetz drin und wenn man mal auf webseiten guckt und diese impressum sachen anguckt ist da auch immer ein hinweis aufs tmg telemedien gesetz und da gibt es auch regelungen zur werbung und so weiter dann wird natürlich auch das bundesdatenschutzgesetz das bdsg herangezogen also das war sozusagen die grundlage all das wurde durchgearbeitet also ein europäischer gerichtshof nimmt auch die deutsche rechtsprechung da auseinander und spannend noch mal zu dieser historie also angefangen hat es mit einer abmahnung das heißt die die verbraucherzentrale hat die firma planet 49 abgemahnt die haben da aber nichts getan die haben gesagt ist uns egal das lassen wir auf dem prozess ankommen und zwar nach dem unterlassungsklage gesetz dürfen verbraucherzentralen abmahnen im wettbewerb also wenn es um werbung und solche dinge gibt geht oder um verbraucherschutz haben die gemacht und dann hat der bundesverband in frankfurt klage oben beim landgericht und wollte dass die einverständnis erklärung so nicht mehr gemacht sein darf und dass das ein opt-in sein muss und dann hat das gericht entschieden der bundesverband hat recht und die planet 49 wurde zu einer strafe inklusive zinsen ab dem 15. märz 2014 verurteilt jetzt rat mal krümel monster in welcher höhe war die strafe wir sind im jahr 2013 glaube ich oder nicht 2014 ja wahrscheinlich relativ gering paar tausend euro 214 euro zuzüglich zinsen das heißt wenn die da gezahlt hätten 214 euro wäre alles 2014 vorbei gewesen aber langsam langsam das stimmt nicht ganz also es wäre zwar vorbei gewesen aber sie hätten natürlich trotzdem ihre seite anpassen ja die hätten also das thema das thema was sie jetzt auch tun müssen ja was sie jetzt auch tun müssen hat aber immerhin konnten so ein paar jahre so weitermachen also was hier meiner meinung nach so ein ganz wichtiger aspekt ist das thema ist dass es letztendlich und im endeffekt eigentlich um eine auslegung der gesetze ging wann muss jetzt mit opt in gearbeitet werden und wann mit opt out ja und der eigentliche die eigentliche begründung der firma also dieser planet 49 war das ist im eigenen interesse für uns weil das ist unser geschäftsmodell und deswegen dürfen wir auch mit dem opt out arbeiten ja und das war eine sonder eigentlich eine sonderregelung so die man so in deutschland und ja ich sage jetzt mal so nicht so ganz klar in den gesetzen drin hatte und auch so nicht ausgelegt wurde und wo es halt ein bisschen unklar wurde und wo dann das landgericht dann in dem fall gesagt hat naja das können wir jetzt hier nicht entscheiden wollen wir hier nicht entscheiden das geht ans eugh um deshalb praktisch eine ebene höher mal zur entscheidung zu bringen und das geschreie was jetzt da eigentlich so allen halben im lande umhergeht ist einmal auf der einen seite ein bisschen unverständlich es geht jetzt nicht darum dass hier irgendwas ganz neues rausgekommen wäre was cookies angeht das ist jetzt hier kein urteil wo wir sagen um gottes willen eigentlich ist alles das was man vorher gemacht hat total verkehrt gewesen oder umgekehrt alles was wir gemacht haben war richtig und das ist jetzt eigentlich nur noch bestätigt worden sondern es geht wirklich nur um die auslegung kann ich mit einem opt in oder mit einem opt out arbeiten in bestimmten fällen und da bleibt jetzt halt die relativ wenig übrig also dieses kaprizieren auf datenschutz grundverordnung 6 artikel 6 für eigene zwecke kann das sehr wohl legitim sein so zu arbeiten da bleibt jetzt nur noch relativ wenig übrig also die fälle wo man mit einem opt out arbeiten könnte oder überhaupt keine abfrage macht das werden halt jetzt ganz ganz weniger also womit wir jetzt rechnen müssen ist schlicht und ergreifend diese lästigen banner die da auftauchen mit einer einverständnis erklärung dass hier cookies gesetzt werden die werden mehr weil die auch oftmals weggelassen wurden weil jemand einfach mit der begründung gelebt hat ja ja gut also mache ich halt weil ich das unbedingt brauche sonst geht mein geschäftsmodell ja gar nicht allerdings ich würde sagen da kommen am schluss noch mal drauf zurück für so privat leute oder auch so viele podcaster hat sich das nicht so heiß weil ja da gibt es gute lösungen und da muss man aber dann in die details gucken das was man hier halt dann nicht sieht weil da wird immer drauf gehauen denn da wird stimmung gemacht und ist natürlich im interesse von vielen auch leider von den medien denn die leben ja auch von werbung und sind auch dick in dieser werbebranche verwoben und haben diese ganzen sachen mit werbebanner und so weiter deswegen erklären die jetzt nicht wie es einfach ginge und was da eigentlich nicht das problem ist sondern machen das zum problem aber noch mal kurz zurück zur story also es ging nicht vom landgericht an den euGH denn das geht gar nicht sondern erst mal gab es quasi die teilweise recht für 214 euro dann gab es berufung von planet 19 19 sag ich schon planet 49 die sind zum oberlandesgericht frankfurt gegangen und haben dann recht gekriegt und dann ist natürlich der bundesverband in die revision gegangen vor dem bundesgerichtshof um die auslegung und da wird es dann schon präziser und zwar die auslegung der 2002 58 also telekommunikationsrichtlinie e privacy richtlinie in verbindung mit der alten datenschutzrichtlinie von 95 und ob dann auch die dsgvo schon zählt also das ist sozusagen das ging ja über jahre und da ging es dann noch mal quasi mit dsgvo dahinter und der bundesgerichtshof hat dann beschlossen das verfahren auszusetzen und hat es an den europäischen gerichtshof weitergegeben mit fragen also der hat jetzt nicht irgendwie gesagt ich entscheide so und so sondern der ruft dann das europäische gericht an um bestimmte fragestellungen zu klären wir verlinken das ich gebe die nicht komplett wieder aber zum beispiel was wichtig ist was hier geklärt wurde ich habe es vorhin schon mal vorweggenommen am anfang gibt es einen unterschied ob es sich bei den ob es sich um gespeicherte daten oder um abgerufene information handelt und sind das personenbezogene daten also das ist sozusagen punkt ob diese informationen personenbezogen sind oder nicht das wurde bejaht dann das thema ja was muss eigentlich welche informationen muss so ein anbieter bereitstellen damit man hier korrekt einwilligen kann oder wie muss der nutzer informiert werden also diese fragen also die das sind insgesamt zwei fragen in drei vier teilabschnitten die da behandelt wurden und die werden dann abgearbeitet mit ich glaube über 100 nummern die da drin sind und klar stellungen also eins ist jetzt mal gucken wo ich hier meine markierungen haben und zwar eins ist wichtig und zwar entgegen der meinung von planet 49 ist es die schaltfläche von so einem gewinnspiel reicht nicht aus um auch für die speicherung von daten einzuwilligen das heißt ich möchte am gewinnspiel teilnehmen steht auf dem button heißt nicht dass die daten über jemanden speichern dürfen beziehungsweise die weitergeben dürfen oder auslesen dürfen dann ist das thema datenschutz grundverordnung gilt im prinzip galt aber die regelung vorher schon in der alten eu richtlinie also das ist sozusagen punkt aber deswegen gilt definitiv die datenschutz grundverordnung die hier noch klarere regelungen hat insbesondere dieser 32 erwilligungsgrund ich gehe davon aus in der folge 32 unserer neuen serie wird man auf das urteil zurückkommen müssen dann ist nochmal hervorzuheben was ist freiwilligkeit also ohne zwang freiwillig das heißt ich muss die information haben ich muss eine alternative haben und wichtig war in dem fall ich konnte nur teilnehmen wenn ich das erste hellchen gesetzt habe das heißt hast du das rausgenommen mit dieser einwilligung war es schon raus dann ging es nicht weiter und das ist nicht freiwillig das heißt das war am problem aber das sind daran gescheitert ja aber um da auch noch mal ganz kurz rein zu gehen das ist meiner meinung nach gerade so dieses riesen thema was wir ja jetzt auch schon die ganze zeit haben mit diesen überhaupt cookie abfragerei da es gibt relativ wenige zeiten die tatsächliche alternativen aufzeigen also die sagen okay kannst du also kennt der kennt der kennt der ja alle so irgendwie so die die boxen die hochkommen wo im prinzip im endeffekt nur ja drin steht also wie legst du dem ein willst du cookies ja oder ich nehme es zur kenntnis und das war es dann ja also die alternative oder anders gesagt die alternativlosigkeit ist da sehr weit verbreitet das ist auch das thema mit dem bannern das heißt wenn du nicht klickst und cookies gesetzt werden und das banner deswegen stehen bleibt das kann eigentlich auch nicht mehr so bleiben dass sozusagen du mit dem banner den content verteckt kriegst also die müssen dann sozusagen da schon andere buttons reinnehmen du musst da eindeutig nein sagen können und das banner muss verschwinden ganz genau also wenn du nicht ja sagst kann das banner nicht stehen bleiben und da bin ich mal gespannt ob das was verändern würde dann gab es noch einen punkt und zwar das hat man vorhin schon mal angesprochen es sind personenbezogene daten die endgeräte sind teil der privatsphäre und da gibt es auch auch die richtlinie 2002 58 hat erwägungsgründe dort gibt es den 24 erwägungsgrund da geht es quasi schutz der menschenrechte und grundfreiheiten dass so ein thema wie werbetracking verstecktes tracking versteckte technologien die der nutzer nicht wahrnehmen kann um verhalten auszumachen ist so ähnlich ja auch bei einer videoüberwachung bei einer verdeckten ist nicht zulässig und schränkt die freiheit ein und da muss vorher informiert werden und da muss man zustimmen das ist sozusagen zur ersten frage zur zweiten frage die die da gestellt wurde vom bundesgerichtshof ist welche informationen müssen gegeben werden wenn ich das an weitere firmen weitergeben das ging ja an diese tracking firma und das wird quasi auch klargestellt dass da eine spezielle einwilligung ist und dass für diese einwilligung die sachlage klar sein muss das heißt das muss erklärt werden über was wird ein cookie gesetzt wie lang ist das da und an wen geht das also wer kann es abrufen das wird wahrscheinlich ein problem das darzustellen also so ein mengenthema und dies muss quasi bevor die cookies gesetzt werden und da sind wir jetzt bei so einem kernpunkt im moment haben wir die praxis du klickst ein banner und sagst ich bin einverstanden und die cookies sind meistens schon gesetzt oder ich baue so ein skript ein also ich warne alle davor wer sowas wie wordpress oder so verlangt baut bitte nicht diese beliebten banner ein denn genau die entsprechen dem nicht die machen keinen sinn im zweifelsfall hattet ihr vorher keine cookies und setzt erst dann ein cookie was völlig absurd ist denn ihr müsst wenn ihr keine cookies setzt auch auf nichts hinweisen und wenn ihr cookies setzt die nur lokal sozusagen die verbindung halten dann muss man die auch nicht erklären weil die für die verbindung bestimmt sind sondern immer nur wenn du mehr tun willst und die diskussion in der öffentlichkeit die vernachlässigt das da tut man immer so als ob das generell die sache wäre und die banner das teufelszeug ist nee die banner muss nur setzen wer mehr damit tun will wer sozusagen ja mehr als das was notwendig ist tun will und das wird sehr häufig verschwiegen und das finde ich eigentlich eine große schweinerei weil damit werden auch die ganzen nutzer verunsichert und die kleinen Website-Betreiber weil sie es nicht wissen auch kleine Firmen auch Privatleute auch die Podcaster die setzen dann diese Banner weil sie keine Ahnung haben dass sie das meistens gar nicht brauchen und es sehr viel einfacher ginge indem ich in den Datenschutzhinweisen erkläre dass es sowas gibt das heißt ich brauche dieses Banner nicht hochpoppen lassen wenn die Seite losgeht es sei denn wichtiger Hinweis ich mache sowas wie Google Analytics und so weiter da muss man sich aber immer die Frage stellen bringt es mir was was ist der Mehrwert nutze ich das Zeug überhaupt und das bezweifle ich oft also da nochmal um es nochmal ganz 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 grob nochmal ich lasse natürlich immer eine ganze Menge aus aber um es einfach nochmal ganz grob zusammenzufassen das Thema ist ihr dürft mit Cookies arbeiten wenn ihr dieselbe nutzt für euer Zeug also ihr wissen müsst wann hat er das letzte Mal was weiß ich die Podcast-Serie abgerufen welche Sachen hat er wann wie angeklickt und so weiter interessant wird es alles erst wenn es darum geht darüber hinaus also über diese Funktionen deiner Webseite hinaus Dinge einzubauen die du erstens nicht mehr alleine erledigen kannst also nicht mehr auf deinem Web-Server erledigt werden sondern irgendwo an einen dritten gehen und der darüber hinaus eben auch mehr machen möchte also Google Analytics ist so ein Thema beliebt ja ist schön die Statistiken da zu kriegen aber letztendlich gebt ihr da personenbezogene Daten definitiv personenbezogene Daten an Google weiter und das muss natürlich der Anwender der da vor seinem Web-Browser sitzt und auf eurer Seite unterwegs ist das muss er natürlich wissen ja das Recht hat er dazu steht so in der Datenschutz-Grundverordnung und genau darum geht es hier um nichts anderes genau und immer die Zweckbindung beachten Zweckbindung heißt bei deinem Podcast-Beispiel um den Podcast auszuliefern wenn ich dann natürlich Werbebanner oder Affiliate-Links um Geld zu verdienen und andere Sachen und Werbung da einblende dann habe ich natürlich wieder einen anderen Zweck das heißt was mit dem Zweck der Website verbunden ist also da fängt es an sozusagen Grenzen zu überschreiten und da muss man sich immer überlegen will ich das wirklich brauche ich das ist es das wert und ich merke auch so in Firmen die ich berate die haben bis zu dreistellige Zahlen von Cookies und die wissen selber nicht mehr was sie da tun und ich bezweifle bei den meisten dass das noch Sinn macht weil da ist es oft so dass bei großen Unternehmen zum Beispiel oder großen Portalen gibt es sozusagen viele Interessenten in der Firma die was wissen wollen und jeder wird von dem anderen beraten und jeder sagt bau mir mal das ein bau mir mal das ein und am anderen Ende die Entwickler und die Technologiebetreiber die bauen das halt alles nacheinander ein und da hat überhaupt keiner mehr einen Überblick das ist sozusagen genau das Grundproblem und ich bezweifle wirklich dass die meisten Daten da zumindest sinnvoll sind es gibt natürlich welche die von Anfang an draufsetzen ich will mehr aus den Daten ich will damit Geld verdienen verstecktes Geschäftsmodell die muss man natürlich ja dafür ist es eigentlich gedacht dazu braucht man eine Einwilligung und das muss quasi ja nicht unterschiedlich betrachtet werden und das ist auch das Resümee also das sind so drei Aussagen stehen da nochmal ich fasse die nochmal zusammen also eine wirksame Einwilligung kannst du nur geben wenn du die Information hast und das muss vorher passieren das heißt nicht erst wenn das Cookie gesetzt ist und es darf nicht vorausgewählt sein das heißt Opt-in und ich muss ablehnen dürfen ohne Konsequenzen zu haben das ist freiwillig wenn es Zwecke sind die nicht mit der Website zu tun haben das heißt anderer Fall ich melde mich an der Seite an weil ich eine Benutzerkennung habe ein Login wie zum Beispiel bei Facebook um den Login zu sichern das sind Funktions-Cookies braucht man natürlich auch ein Cookie dafür muss ich nicht einwilligen weil das für die Funktion benötigt ist aber dazu auch Werbung darüber zu machen also einen anderen Zweck zu erfüllen dafür ist eine Einwilligung notwendig also immer wenn ich den eigentlichen Zweck habe oder Podcast-Player um sozusagen den letzten Abspielstand zu speichern ist okay mache ich damit quasi Zusatzgeld indem ich irgendwo über Werbung oder was auch immer da noch was mit rein verlinke oder im Hintergrund einen anderen Partner mit reinnehme um da Geld zu verdienen und so weiter dann Einwilligung und also auch hier einfach nochmal den Tipp schlicht und ergreifend zum einen geht auf eure Seiten ob ihr jetzt eine große oder eine kleine Seite habt ist da im Prinzip vollkommen wurscht guckt euch an was da für Cookies umherfliegen guckt was für Zwecke ihr damit verbindet und ob das überhaupt notwendig ist ich bin felsenfest davon überzeugt wenn jeder mal auch größere Webseiten betreiber da mal drauf gehen und wirklich mal in sich gehen und gucken was mache ich dann damit und wofür brauche ich das jetzt ganz konkret und warum sage ich das dem dem Kunden oder demjenigen der die Webseite besucht nicht so dass er damit auch was anfangen kann dann mache ich grundsätzlich da was verkehrt ja also das ich bin felsenfest davon überzeugt dass man da eine ganze 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 Menge einsparen könnte und weglassen könnte ohne da überhaupt irgendwelche Einbußen zu haben also bei vielen sind die die Banner die heute benutzt werden Bullshit und was ich auch spannend finde ich ich klicke die ja auch und ich gucke mir die an das ist jetzt wieder mein Los als ja Datenschützer spannend finde ich die meisten amerikanischen Firmen machen das richtig da sind die Dinge ausgeschaltet das heißt da muss ich sie einschalten und die präsentieren einen das in drei Gruppen also diese drei Gruppen haben sich so etabliert Funktion was war das zweite ich weiß es gar nicht mehr auswendig und das dritte ist Weitergabe und das kann ich da einstellen aber die sind wirklich opt out und gerade die deutschen Firmen und die europäischen Firmen die immer den Datenschutz so hoch halten die machen es gerade nicht so das finde ich gerade mal so spannend bei den meisten aber nochmal zurück was da wichtig war also es wird nicht unterschieden zwischen jemand setzt die Cookies und ein anderer ruft die ab das sind nicht unterschiedliche Dinge und das ist immer personenbezogen das heißt da war ja auch die Argumentation der dritte sozusagen der der die Cookies dann ausliest der kennt ja den Nutzer nicht der hat nur diese ID und die ist ja nicht personenbezogen sondern das ist nur eine Zufallszahl nee ist nicht so allein die Nutzung dieser Technologie gegenüber ich will den Nutzer wiedererkennen also allein aus dem Zweck ergibt sich das sind personenbezogene Daten und die Datenschutzgrundverordnung gilt das Schöne ist in der Datenschutzgrundverordnung da kann man dann wieder sehen wie so die Zahnrädchen ineinander greifen und der Datenschützer dann doch auch froh und glücklich in die Zukunft gucken kann die Datenschutzgrundverordnung hat relativ klar gemacht dass pseudonyme personenbezogene Daten bleiben ja also mit der Einführung von Pseudonymen ob das über Cookies mit Indexen oder mit was weiß ich was kann man sich alles mögliche überlegen letztendlich ist der Sinn und Zweck von solchen Cookies eine Eindeutigkeit herzustellen man kann jetzt drüber streiten heißt das die Eindeutigkeit zum Browser nee natürlich nicht die Werbetreibenden wollen eine Eindeutigkeit zum Nutzer der hinter dem Bildschirm sitzt ja und von daher kann man maximal vom Pseudonymen reden ja und die Datenschutzgrundverordnung macht da keinen Unterschied Pseudonyme bleiben definitiv personenbezogene Daten Punkt genau und wichtig ist bei den Angaben das ist sozusagen die letzte Entscheidung die Dauer wie lange das Cookie da ist muss vorher bekannt gegeben werden finde ich extrem spannend und wer drauf zugreifen darf also für wen werden Cookies gesetzt muss vorher bekannt gegeben werden und zwar von dem der die Cookies setzt und ich habe noch eins unterschlagen also es wird auch erwähnt die Richtlinie 2936 das ist die geänderte Fassung für die 20258 also E-Privacy also für die die Telekommunikations oder elektronischer Kommunikationsverkehr für diese Richtlinie und das Ganze war das Urteil des Gerichtshofs der Großen Kammer von der EU in Luxemburg ich habe noch ein kurzes Resümee so ein Stück weit die die Leute die Webseiten betreiben und letztendlich auch Werbung machen wollen da ist ja im Prinzip auch erstmal gar nichts gegen zu sagen das soll ja auch so sein die sollen ja von mir aus auch ihr Geld damit verdienen umso schlechter ihr das jetzt umsetzt umso eher führt es dazu dass die dass die Nutzer zu anderen Mitteln greifen mit diesen Cookies in irgendeiner Form zurecht zu kommen und das Mittel im Moment ist macht Adblocker rein haut den ganzen Kram raus aus den Daten ja das heißt das kommt bei mir am Browser gar nicht mehr an wenn das letztendlich die einzige Möglichkeit ist sich da noch gegen zu wehren dann schneidet ihr euch da ins eigene Fleisch ja weil selbst die die dann ich sag jetzt mal eine angemessene Werbung machen wollen angemessen mit Cookies arbeiten wollen letztendlich dann auch rausfliegen ja also guckt euch das an guckt wie ihr eure Webseiten gut machen könnt so dass ihr Nutzer was von habt weil hat weil letztendlich geht es um ein Spiel zwischen dem Anbieter und dem Nutzer und es sind keine Feinde ja und um das noch zu ergänzen es geht auch nicht darum um kostenlos an alles mögliche zu kommen wenn ich so eine Zeitung zum Beispiel hernehme es geht nicht darum dass die Zeitung kostenlos ihre Sachen verschleudern muss sondern bietet sinnvolle Geschäftsmodelle an und natürlich kann man sozusagen Information auch gegen Bezahlung hergeben oder dann gegen Werbung aber dann halt eindeutig und für den Nutzer nachvollziehbar und meine Hoffnung ist dass das das sollte die eigentliche Botschaft sein und das sollte eigentlich erreicht werden meine Befürchtung ist leider dass vor allem weil natürlich die Verlage und die Content Anbieter und die Werbeindustrie dick Lobbying machen und ganz dick genau diejenigen sind die ein Interesse daran haben dass das eventuell vom Gesetzgeber kassiert wird und das ist ja auch schon wieder in Diskussion ich weiß nicht was die neue EU-Kommissarin dazu macht und zwar dass die halt gezielt dahin werben Cookie, Banner dick einzusetzen das ganze Thema schlecht zu machen und dem Nutzer klar zu machen das ist was Böses das willst du nicht und da sind halt Hintergedanken dahinter denn es geht auch anders und das ist gar nicht so naja gut haben wir was vergessen? sicher haben wir was vergessen aber das ist ja nicht so schlimm liebes Krümelmonster weil weil wir haben es ja vergessen jo also tschüss bis zum nächsten Mal tschau tschau dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv zu Risiken und Nebenwirkungen wesenssiedige Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt